da 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 ist noch einer ein bisschen, oh es rennt er auch weg oh Sully so Sully, was machst du denn? oh, warum rennt er weg? oh, da hat die blöde Pumpe da da drüben sind sie oh, da kommen sie von hinten, ey oh, da kommen sie von hinten, ey ich sehe ja, hallo, nein, nicht dahin oh, hallo, was macht denn der? hei, hei, hei sowas wie ein Altar wo man in Deckung gehen kann da, der gammelt schon da oben da 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 cũng so ist noch die gamle da müsste ein geheimgang direkt unter dem altar sein so habe ich doch gedacht zum alter ach so das steht schon nach vorne die hälfte um Kapitel 21 Gold und Knochen kannst du mir sagen was zum Teufel los ist Drake wollte den Schatz nicht hier wegschaffen Sully er wollte sicher gehen dass er hier bleibt er ist verflucht oder so Oh nein um Himmels Willen ich weiß das klingt irre du musst mir einfach vertrauen es geht aus dem Weg so finden wir noch Mäuse auch wie süß wie sie weg sind so gibt es hier noch irgendwo einen versteckten Eieiei das sind richtig viele und dann gibt es hier noch einen versteckten Schatz ja da zum Beispiel Goldschädel Rosenkranz fortgeschritten aus Schatzzurro und wenn ich die Trophäe bekommen heißt es dass ich 35 Schätze doch nicht gefunden habe also und dann war ich glaube nah dran so so jetzt ja vielleicht noch mal irgendwo ein ich möchte noch mal fünf dann gibt es die nächste Trophäe ja da ist zum Beispiel einer Silbermaske mit Saffir Besatz Beide sollten langsam wissen dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Ha ha. Öffnen Sie es. Schau hin. Adios, Hefe. So wenig Fantasie. Mach hin, Lorenz. Mach hin, Lorenz. Navarro. Das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Gagüe la Statua. Cuidado. Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantelo. Oh nein. Was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Oh, oh, oh. Wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich geb dir Deckung. Oh, oh, oh. Ja, wo los? Wo soll ich hin? Da kommt er. Ja, da kommen lauter Viecher. Hier. So, da. Ja, hallo. Ist ja noch so ein Schatz. Bevor ich, aua, mich hier verkrümele. Da drüben. Ei, ei, ei. Nein. Ich hab doch auch geschossen. Bam. Hoffentlich, dass die Viecher von hinten kommen. Dann renne ich da nicht so durch. Ja. Klar. Ich fang das schon wieder an. Oh, geh doch weg, Mann. Bam. Hallo, Mann. Es kann ja nicht sein, dass die immer nur mit einem Schuss mich töten. Aus dem Weg. Nässiges Vieh. Wo auch. Da drüben. Da drüben. Ja, ja, ich schwimme runter. Ja, es kommen da noch die Viecher. Und hoffe ich mich mit jedem rumschlagen, hey. Da drüben. Und jump. Entschuldigung. Entschuldigung, du willst du willst. Entschuldigung. Anruf! 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 Oh mein Gott! Martin, los! Töte den! Na toll! Kapitel 22, Showdown! Ja, jetzt geht's ab, ja. Du bist tot, du bist tot. Warum schießen die sich gegenseitig ab? Geh mal raus! Na los! Ja... Ist klar. War der Typ mit dem Laser eigentlich der Navarro? Ich glaub, den kann ich nämlich gar nicht töten dann. Oh, komm, hallo! Und wer? Ja, das war doch nicht so toll, was? Hm. Du bist tot, Drake! Okay, jetzt reicht's mehr. Auch, Mann, ist unfair, wenn die immer hinter die Deckung rein rein, hey. Ich hab aber gar keine Chance, dann mich zu decken oder so. Ich hab' gar keine Chance, dann mich zu decken oder so. Du bist tot, den Kopf unten! Ich bin jetzt jetzt! Da ist der! Da ist der! Oh, bleib stehen, Mann! Oh, hallo! So, jetzt ist der Welt zurückgewandt. Ich weiß nun, glaub ich, die weiter. Oh, hallo! Da kriegst du vielleicht noch eine Trophäe. So, krieg ich den noch down mit zwei Schüssen. Yeah! Jaaaa, hahaha! Oh, kommt, Mann, hey! Oh, woher kommt der jetzt wieder? Hey! Oh, hallo! Oh, hallo! Mal gar nicht wundern. Oh, hallo! da kann der eine zu bütz Oh, hallo. Naja, jetzt kommen die gleich schon. Oh, ja, wie viel Schuss noch? Hey, echt, Mann. Oh, scheiß Pumpe, ey. Bam. Oh, hallo, bleb. Oh, hallo, bleb. Du bist erledigt. Also, ich sage jetzt langsam gar nichts mehr dazu, hey. Du bist Gold, Drake. Du hörst mir. Du hast den Kampus-Dieb. Ja. Oh. Oh. Hey. Hey. Oh, jetzt kommt die wieder angerannt, hey. Ja. Hey, da kann man gar nichts machen. Warum sterbe ich auch immer jetzt plötzlich so schnell, hey. Gibt's doch gar nicht. Oh. 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 Hey, jetzt renne mich jetzt oder du feige Sau. Los geht's. Ähm. Wir müssen noch 50 helfen. Ja. Äh. Geh drauf, ey. Ich freu mich grad voll, ey. Ja, hallo. Boah. 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 Ist wohl doch nicht so teilweise. Ja. Der war nicht mal um die Ecke und hat mich gekühlt. Boah. 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 ja das ist nur fünf tausend mal machen da du wichser ja hallo Auf! Haltet ihn auf! Bleiben! Haltet ihn auf! Feuer! Ja! Du wirst tot! Oh, hei! Oh, oh, oh! Auf! Ich versuch's jetzt! Feuer! Ja! Hehehe! Halt ihn auf! Runter! Er ist hier! Auf! Passt her! Lass sie nicht durch! Leg ihn auf! Feuer! ja nur hallo und gekritten aus der deckung aus warum warum geht es nicht weiter Nix versuchst du, du Homo. 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 Oh, hallo. Oh, hallo. Ja. Ja, hallo. Oh, hallo. Ach so, hallo. Habe ich den noch getroffen, okay. Oh, warte mal, gibt es hier noch irgendeinen Schatz eigentlich? wäre doch eigentlich. Wäre doch eigentlich ein gutes Verstecker, aber... Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh. ja toll also was soll ich jetzt machen hey ich kann mich nicht mal groß bewegen und dann gleich tot hallo hallo ich habe ja auch keine waffen hey ganz ehrlich man ich zurück also ja ich sterbe es hat noch 5000 mal bis irgendwas passiert toll aber was soll ich machen toll bleibe ich in deckung sterbe ich und gehe ich aus der deckung raus sterbe ich auch wurde oder so da da habe ich gedacht es kommt ein quick time aber egal du bist tot da muss jetzt nicht weiter da 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 jetzt nimm doch die waffe weg da 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 ja welt gerettet das böse besiegt wirklich schade nur dass wir am ende leer ausgehen naja weißt du ich konnte eine kleinigkeit retten hier ich dachte das vermisst du vielleicht danke ja ja vielleicht eine vorstellung von romantik wow du siehst scheiße aus und die anderen erst haben brot wir haben schon eins ja ein großes das hier bin ich besser du bist ein verdammter teufelskerl die piraten von den ich hab brav uns bestimmt ich bin dabei tut mir leid wegen deiner story nicht so schlimm es gibt noch mehr du schuldest mir eine ich bin dabei ja das war anschaut wird teil 1 mit einem ende also spielerisches ende das mal richtig epic fail war weiß ich ob ich dann erstmal auch so teils probleme hatte und nicht da war naja jetzt haben wir es durch und morgen startet dann anschaut 2 komplett blind und ich sage mir immer und dankeschön fürs zuschauen und rein gehe hauern ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020